Ist das eine gute Idee, Red? Nein. Hallo Leute, herzlich willkommen! Nur ein neues Video auf unseren Kanälen. Du warst mies übersteuert bei mir. Ich weiß, bei mir auch. Ich habe auch fast... Nein, was machst du denn? Wir sitzen heute wieder zusammen hier. Aua. Genau deswegen. Um an einem Pannen um die Ohren zu hauen, Alter. Ich habe jetzt hier diese Attentäter-Kinder. Wieso ist das jetzt? Weil wir Level 4 spielen. Achso, das ist gar nicht die andere Map. Das ist einfach Halloween. Keine Ahnung, wir haben ja hier. Anyway, Digga. Okay, was muss ich hier machen, Digga? Granny is baking cookies. Die Map kennen wir schon. Ach, das ist wieder das. Vielleicht schaffst du es, das heute das alternative Ending zu finden. Ach, ist das scheiße. Das ist ja das andere Level bei Nacht. Dieses Nachtlevel, meinst du? Ja, das ist ja auch ein Nachtlevel. Ach, du bist in der Küche. Ja, ich bin hier am Backen, Digga. Für dich. Also eigentlich für den Dämon. Aber egal. Du musst ja nicht mit wissen. Ich bin im... Achso, da hinten, Digga. Ich bin so massiv verwirrt, Digga. Ja. Ah! Hast du auch HP eigentlich? Nö. Hallo? Ah! Ah! Du hättest einfach Angst, Digga. Kleiner, schwarzer Hand. Ah! Hey, was will ich denn machen, wenn du... Hilfe! Jungs, diese Pfanne fliegt bis nach irgendeinem Boot, Alter. Mal guck das mal an. Wieso habe ich Energy? Wieso wird mir die Energy von der Oma angezeigt? Die haben das Game so verpackt. A, wird mir deine Energy angezeigt. Du hast jetzt nur noch 36. Und... Ich habe nichts. Alter, was steht denn bei dir? Launched that little shit. Was? Upstairs in your room. Ach, die Candies. Verpiss dich, Maret. Alter, war das dumm. Nein, oh mein Gott, Alter. Ich wollte springen. Nein. Ach, komm! Du Kahn-Camper! Ich kann nicht laufen. Meine W-Taste. Ach, nein. Oh Mann, meine Tastatur ist kaputt. Ach, egal. Oh, scheiße, Digga. Ich wollte es rausnehmen. Ich habe zugemacht. Wo ist denn der Feuerlöscher, Digga? Er ist an der Tür. Ach, alles wegen dir, du Scheißkinn. Aua. Oh, jetzt habe ich ihn da reingehoben. Hilfe! Hä, wie... Brauche ich den? Ich weiß nicht, wie ich den mache. Äh, brauche. Es brennt. Es brennt alles ab. Und mein Headset ist irgendwie disconnected. Wieso denn das jetzt? Alter, das ganze Haus brennt. Ich weiß auch nicht, Alter. Es ist immer ein bisschen... Wurrst du hin? Frisst du schon wieder irgendwelche Pillen, Digga? Ich höre es. Daneben. Hä, was? Das ist richtig durchgeflogen. Egal, du Rekarit weggeflogen bist. Ich kann nicht sneaken als Grammar. Das ist unfair. Finde ich. Das mache ich eigentlich jetzt mit meinen Dings. Mit meinen Cookies. Die gibt es ja jetzt nicht. Uiuiui. Das Ding ist halt auch, ich sehe halt nichts, wenn ich ziele. Weil, halt... Digga, das Ding fliegt einfach durch das halbe Haus. Wo ist es denn? Boah, wie viele schöne Schlüssel hier sind, Alter. Ich habe sechs Keys. Digga, meine Rohrzange ist weg. Wo bist du, Alter? Das wüsstest du wohl gerne, ne? Das sage ich dir jetzt bestimmt nicht. Oh, du bist nah. Ich höre deine Steps auch. Wo bist du? Hä? Gehst du aufs Dach? Bist du auf den Dachboden, du Lügner? Bist du überhaupt nicht. Du bist draußen, Alter. Ich höre dich im Gras laufen. What? Daneben habe ich jetzt nicht gerechnet, Digga. Das Ding ist, du hast nur fünf Happy Damage bekommen. Ich weiß nicht, aber... Ja, stimmt. Aber es hat ordentlich Peng gemacht, Alter. Ich habe gesagt, nicht zum Dämon! Ach, du hast mich da vorne geboostet. Danke. Was? Ich war wahrscheinlich... Oh. Ich war... Digga, steh doch auf jetzt, Junge. Ich hätte ein bisschen mehr Pillen fressen sollen. Ich habe mich verlaufen, Digga. Ich renne in den Busch im Kreis. Stark, Red, stark. Nein! Da vorne war noch eine... Oh, da vorne war ein Medikament. Das war es richtig, gerade. Exit. Alter! Leute, was ist das für eine Luxusvilla hier? Ähm, I need to take my new medication. Guck mal, wie viel... Wie riesig ist das, das Haus? Ja, du hast es eine gute Zeit, Alter. Wie riesig, dass sie... Wie riesig, dass diese Map... Guck mal, da draußen sind Autos. Da ist so ein Deutschland... ...deutsches Reichstern auf dem Kartenturm. Was? Digga, ich höre ganz komische... Weiß ich... Digga, irgendwas... Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber... Guck mal, ich habe hier auch irgendwie 200, 300 Energie, ne? Was? Ja, ich bin jetzt nur noch bei... Ja, ich höre ganz... Alter, du hast ultra viel Leben vor allem. Eben, lol, die kriegen ja nicht so sich hoch. Ich glaube, das Spiel ist verbann. Was ist das? Oder vielleicht muss das so in diesem Level. Ach, Digga, die Oma ist die, die so Geräusche macht. Ne, so ein Rasenmäher. Wie so ein Rasenmäher, wirklich. Jobkick! Alter, Alter, das macht mir Angst. Alter, wie schnell du bist. Hä? Hilfe, Hilfe, ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Alter, was ist denn hier los? Komm mal wieder raus, dann siehst du was richtig Lustiges. Wo bist du denn da? Oh, Scheiße, wieso ist das denn da? Hä? Oh nein, Hilfe. Hilfe, du Molotow, Junge. Alter. Vor allem, wahrscheinlich regenerierst du das instant wieder. Vor allem, ich habe nicht mal irgendwelche Pillen gefressen, um zu regenerieren, ne? Ah, hier gibt es wahrscheinlich keine Pillen zum Regen, ne? Deswegen hat man so viel HP. Ah, Ninja, Ninja, Ninja. Alter. Er ist runtergefallen. Ich bin runtergesprungen. Warte, it looks like she's trying to unlock the door. Hä, was, wieso ist das, wieso ist das, hä, what the fuck? Wieso steht das bei mein Ente? Oh, she seems a little angry. Ah ja, we should leave. How do we get out? Komm mal kurz zu mir, ich will das ausprobieren. Ich habe Angst. Ich habe was ganz komisches gerade. Komm mal oben in das große Wohnzimmer, bitte. Nein, du, der Mo... Was ist das? Alter, auf dem Tisch. Junge, was ist das? Ich kann einfach ein Möbel werfen. Warte mal kurz zu mir. Ich will mal gucken, ob ich diese Sessel hier auch nehmen kann, weil hier blinkt einfach alles bei mir, ne? Arthur? Schau mal. Du bist ein richtiger Möbelpacke, Alter. Hallo. Alter. Oh mein Gott, Leute, meine Oma ist angry. Ich muss hier raus. Ach du Scheiße. Die nimmt ja hier alles auseinander. Ich habe den Fernseher nach dir geworfen. Schön. Es muss doch noch irgendwas Cooleres geben, als diese Möbel, die ich werfen kann. Alter. Loll. Oh nein, Möbelpacke, Omi. Aua. Aber du hast doch keine AP. Aber du hast doch keine AP. Was steht denn bei dir als Quest? Ja, ich muss dich grabben. Du musst mich grabben? Oh nein. Hä, du hast mich zurückgepackt. Das ist doch so eine Scheiße. Bruder. Bruder. Ich muss weg hier. Oh nein. Komm mal rum, Omi. Da sind voll viele Flaschen, Alter. Ich finde das letzte Paket einfach nicht. Das ist jetzt scheiße. Die Bärenoma ist da. Das hört sich wirklich an. Die Frage ist, ob ich dich normal treten kann oder halt nicht, ne? Oh, Digga, da kommt wieder ein Möbel geflogen. Ich habe das Gefühl. Nein, 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 nein. Das ist alles an diese Möbel werfen. Hast du gesehen, wie der Fernseher von uns kaputt gegangen ist? Ja, der hat mich echt getroffen. Boah, Alter. Wie diese Möbel mal geflogen kommen, Alter. Oh, ich bin zu schnell. Oh, oh. Was machst du jetzt mit mir? Aua. Du bist ein Feinde. Es bringt ja nichts irgendwie. Es passiert ja nichts. Irgendwie muss ich dich... Ich will raus hier. Ich will raus hier. Warte mal. Ja, aber ey. Ich habe dich doch geworfen. Ich habe dich doch gerade geworfen. Wo soll ich dich hinwerfen? Ich komme nicht raus. Ich habe das Tor nicht aufgemacht. Ich will raus hier. Nein, nein, nein. Hä? Wie komme ich denn jetzt raus? Ich habe meine Tasks, die ich verstanden habe. Du bist so schnell. Hä? Da kann ich ja gar nicht gewinnen, so. Das ist ja übel scheiße. Ja, schieß mich raus, bitte. Scheiße, nicht. Meine Tasks ist, dich halt zu grabben, so. Hallo. Komm mal hoch, ne? Ja, aber ich habe dich doch jetzt schon gegriffen. Lass uns zusammen etwas spielen am Tisch. Was? Willst du spielen? Ne Runde Uno. Ne Runde Uno. Digga, wie du so rumstabst, wie so ein... Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, Bruder, ich kann da nicht raus. Bitte, schmeiß mich raus. Bitte. Ah! Game over, Grinny. Ich muss dich wahrscheinlich einfach nur ein paar Mal werfen. Was ist das, Junge? Ich könnte ja nicht mehr raus. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hättest du irgendwo irgendwas finden müssen, damit du dann selber das Tor aufmachen kannst oder so. Oder bist du in einer anderen? Na, würde ich, weil ansonsten hätten wir halt zu viel, oder? Ja, okay. Das ist fein für mich. Das schneiden wir dann raus, ne? Sehr gut. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt euch wiedersehen. Lasst gerne Like und Abon da. Schaut auf unseren Twitch-Kanälen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein. Ciao, ciao. Tschüssi, Leute.